Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Dead All Life 2 Ultimate, so, dann werde ich da weitermachen, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, nämlich, diesmal werde ich den Story-Modus mit, äh, was spielen, was ist ein Catcher, ja, genauso wie Tina, so, mal schauen. Ganz ehrlich, so mit Biker-Outfit, warum nicht, so Cowboy-Outfit, sieht schon schick aus, aber so Biker-mäßig, das sieht schon mal, das sieht gut aus. Und gegen Leon? Okay, der aufrecht, kräftig, super. Okay, gegen Helena. Oh, da macht sie einen echten Konter. Oh, okay. Nicht zu früh, Freunde. Oh, okay. K.O. Okay, das sagt mir das. Winner! Es ist Nandugi, oder war, Dare-no-Johzen-Demo-Ugeru. TINA-chan. Okay, jetzt gegen Seg, ich glaube, die Szene mal mit Seg mal. Winner! Oh, okay, nee, icha, ich billig, iche, zwei Motorpin visited. Oh, ha, 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 ha. Gängst einfach auf겠다. WDR mediagroup WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Oh, das war's gut. Winner! Ich werde auch jemanden, oder? Ich werde auch jemanden. Jetzt gegen Tina, gegen die eigene Tochter. Hey, meine Brille. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. You lose. Sieht man. Oh, mein Gott warst du. Ich bin nicht mehr beendet. Mach du mir nicht. Mach du bereit, auf dich! Oh, okay. Ich bin der Fall. Du hast euch gebetet. Du hast es gebetet. Du hast es gebetet. Du bist du. Du hast es gebetet. Das ist nicht so, dass ich dich nicht aufstehen. Du hast es nicht verletzt. Ich bin mir so glücklich. Get ready, fight! Ack, Ack! K.O. You lose! Noo, schützko, Nao. Ich kann mich nicht beantworten. Ich bin bereit. Bereit und kämpft! Ah, da kommt er. Okay, ein guter der Neuge. Ah, hier ist es. Die Koffer. Die Koffer. Die Koffer. Die Koffer. Ich bin nicht freundet. Die Koffer. Die Koffer. Die Koffer. Die Koffer. Wer will die, wer will die, wer will die. Ah, ich bin ein Nattelstotter. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. K.O. K.O. Papa! TINA! Musik Musik Sie haben das neue Outfit für Buzz freigeschaltet. Okay, ja, das Ende von Buzz ist halt ganz einfach erklärt. Buzz und Tina sind wieder eine glückliche Familie. Mal schauen, was für ein dritten Outfit Buzz hat. Ah, okay, so ein Catcher-Outfit. Warum nicht? Haha, sieht auch bestimmt ziemlich gut aus. Und ja, und ich würde mal sagen, das war es dann auch wieder fürs Erste. Das nächste Mal geht es dann weiter mit Leon. Einen Söldner. Ansonsten, wie gesagt, war es das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ganz wirklich wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald und tschüss. 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 Vielen Dank.